also setzt mal dein zeichen aufsteigen mach mal zweimal auf stärke oder nicht geöffnet was ist das das ist ja geil da geht es irgendwie in 20er schritten oder so das beide 10 20 30 und so bei deinen stufen erreicht hast kriegst du anscheinend auch ein bonus ich bin jetzt von hast du dein zeichen gesetzt jetzt ich würde auch kurz meine scheiße hier wieder zurückholen ich wollte erst mal meine scheiße zurück ich setze mal zeichen ich bin jetzt von 125 mit schaden auf 256 mich das ist echt ein zeichen gesetzt aber ich bin schon weg ist es wirklich da ist wahrscheinlich nur verarscht gleich direkt beim bonfire gleich direkt beim bonfire ja klar das glaube ich ihm sofort das macht schon spaß das so zusammen durchzuschwingen dieser kleiner wichser da ist gar nichts beim bonfire wahrscheinlich weil ich kann auch keine menschlichkeit verwendet habe verarscht ich habe menschlichkeit verwendet und hätten wir vorher gar nicht zusammen spielen können voll idiot ich werde angerufen na wenn das handy aus aufgelegt aufgelegt ich habe mich auch aufgeregt weiter grad da geradeaus weiter folge dem wackeln und dem pudding ich habe jetzt nämlich meine stärke du darfst gleich vorgehen und alle schlagen ja das ist der erste vorschlag der mir gefällt hier ist ja auch einer äh nö dann geht es ja hier runter hinter die ist noch einer das sieht doch mal an so viel schaden unterschied ist jetzt auch noch mal noch einmal soll jetzt nichts triggern lass mich meine sachen einsammeln scheiße ja ok verdammt rechts von dir unten ist so ein fettsack hier unten so er hat mich vorhin gekillt patrouilliert da ist er da geht es zum nächsten bonfire echt jetzt? ja das ist jetzt nervig warum? das ist einfach nervig das ist da das ist jetzt nicht da unten kann ich eh noch nicht weiter von daher müssten wir erstmal oben alles clearn ich sehe nochmal nicht wo geht es denn da hin? ah uh OP waffe frag mich was das für ein Viecher ist und ob ich das besiegen könnte ich gehe mal voraus ja mach mal ne lauf weg lauf weg ha 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 schau mir erstmal ein Ding über die Rübe und stich mir noch voll ins Bein ich komm zurück zum bonfire aber irgendwas ist gestorben dabei immerhin aber irgendetwas ist dabei gestorben bei der Suizidaktion meine Freundin nenne mich auch Kalaschni und ich habe einen großen Kopf wenn du verstehst ich weiß nicht was das miteinander zu tun haben sollte du siehst es wenn es soweit ist bei mir sterben gerade einfach so Viecher ich weiß gar nicht warum finde ich gut gibt kostenlose Seelen hast du ein Zeichen schon gesetzt? ich sehe aber schon uh äh ja jetzt habe ich es gesetzt alter ein Samurai schwebt ich glaube ich gehe doch auf Konstitution auf Geschicklichkeit beides das gleiche ich wuchtel halt ein Samurai-Schwert das gefällt mir oh das dauert aber nur 5 Dinge das wird habig ja 50.000 da kann ich das Schwert nutzen ob es das mir wert ist weiß ich nicht aber das Schwert hast du ja auch gekriegt welches? das komische Leiton Leiton wie viel fehlt dir noch? Leiton, Leiton 5 50.000 Seelen brauche ich Minimum oder 60 halt achso ja mir fehlen noch 2 Geschicklichkeit und mir fehlen 5 ja aber ich gehe ja nicht auf Geschicklichkeit weil dann seht weil dann das ist schon aber es sieht cool aus wieso trägst du das jetzt? du kannst es doch gar nicht effektiv nutzen außerdem sollst du es aus deinem Inventar entfernen weil sonst äh ist das Teil deiner deines Equip Loads also wenn du es mit dir rum trägst passiert aber ich kann mich auch noch gut abholen aber du hellhund oder wie? jeez ja du machst auch die geben aber viel ja da hinten unten gibt es was schön da ist ein Geisteskranker hast du in den Spiegel geguckt? guck so rettet man Leute deswegen schau ich nicht so gerne in den Spiegel Frederik ich weiß nicht ob wir da runter müssen machen wir es einfach ok just do it warte du willst nochmal hin ah ich vergess es immer wieder dass es auch noch kurz runter geht und mich kurz dehnen wie der einfach der gammelige Wahsitz es gibt auch ein Workaround so rettet man Leute was ist denn der Priester? Priester? ist ja gerade runter gefallen oh oh heider zack wieso habe ich jetzt wieder nur zwei Flakone? weil du ein Geist bist ne ne vorhin hatte ich fünf wahrscheinlich weil du an einem vorigen Bonfeuer zehn hattest es wird immer halbiert ah ah ok gut zu wissen gut da kann ich noch nicht runter aber ich kann da noch nicht warum? weil du da bist ausser gehen wir mal drei hin hm gehen wir dahin oh was feind? doch nicht was witzig sowas in der Art bestimmt okay da sind leider